Er kam, sah und jubelte. Ganz klar, dass heute hier in Ludwigshafen ist eine besondere Geschichte für Axel Milberg. Dabei hat der 67-Jährige insgesamt in mehr als 100 Kino- und Fernsehfilmen mitgespielt. Sein neuestes Werk feiert heute auf der Parkinsel Premiere. Im Kieler Tateort spielt der gebürtige Kieler in bewährter Weise den eigensinnigen Ermittler Borowski. In diesem skurrilen Fall schreckt der Kommissar selbst vom finalen Rettungsschuss nicht zurück. Das Opfer, eine Krone neugieriger Journalisten. Ein spannender Film, gespickt mit hintergründigem Humor. 2025 will Milberg die Tatortpistole an den Nagel hängen. Nach 21 Jahren ist, glaube ich, die Frage, warum, kann ich mir nur stellen, warum so lange. Und weil es eben einfach sehr unterschiedliche Geschichten immer gab und Herausforderungen in diesen Geschichten und in den Tatortfolgen. Den Grimme-Preis und die goldene Kamera hat er schon. Jetzt also auch den Preis für Schauspielkunst des Deutschen Filmfestivals. Und damit ist Axel Milberg in bester Gesellschaft. Zu seinen Vorgängern und Gängerinnen gehören unter anderem Andrea Sawatzky, Mario Adorf, Katja Riemann, Bruno Gantz und Senta Berger. Der frisch gekürte will den Preis daheim prominent platzieren. Ich glaube, er kommt ins Wohnzimmer. Und da sehe ich ihn, glaube ich, am häufigsten. Tue ich ihn ins Schlafzimmer, dann sehe ich ihn ja nicht. Der lang anhaltende Beifall im ausverkauften Kinozelt ist der Beleg. Axel Milberg ist ein verdienter Träger des Preises für Schauspielkunst.